Familie Ochsenknecht schmeißt ne Runde, mit Jenny Blue, 27, hat der Clan nämlich nicht nur einen Sänger und Schauspieler in seinen Reihen. Im letzten Jahr nauserte sich der Iron-Künstler zu einem anerkannten Koch und schrieb sogar ein Kochbuch. Jetzt erweitert der Feinschmecker sein Angebot noch, Jenny Blue brachte nun seinen eigenen Wein auf den Markt und seiner Familie schmeckt's. Bei der Weinverkostung von Jenny Blue Ochsenknechts Trottenhorizont kommen nicht nur Freunde zum Probetrinken. Auch Mutter Natascha, 54, und Schwester Cheyenne Ochsenknecht, 19, sowie Halbbruder Rocco Stark, 32, lassen das Produkt des frisch gebackenen Weinproduzenten nur allzu gerne im Mund hin und her fließen. Im Interview mit Promiflash ist vor allem Chimis Mama von dessen Idee begeistert, er hat jetzt wirklich ein Jahr dran gearbeitet, um da von Grund auf dabei zu sein, von daher bin ich sehr, sehr stolz. Sie freue sich, dass ihr Sohn etwas entwickelt hat, was zu 100% authentisch ist. Auch Schwester Cheyenne ist von seinem Wein hin und weg. Ich bin sehr stolz. Dass er sich so stark dafür interessiert oder sein Herz für Wein schlägt, hätte ich nicht gedacht. Ihr selbst schmecke die Rose-Variante am besten, aber auch der Name Horizont sage dem Model zu, weil er wunderbar passe, immerhin kennen Jenny's Egeiz und Arbeitsmoral eben keine Grenzen. .